Der letzte Part für heute. Olymp hat mich schon fertig gemacht und das ist... Das reicht mir auch langsam. Ich mache mich dann mal auf den Weg zur nächsten Welt. Die Bugs verbreiten sich schneller als ich dachte. Sei vorsichtig. Werde ich. Es gibt jetzt insgesamt... Danach kommt... Es gibt mehrere Welten. Hm, die Stadt Trevis. Sora. Riku. Die Ursache des Bugs ist diesmal vielleicht besser versteckt. Die geht klar. Und hier kommt noch eine ganz andere Gegnersorte. Und die mag ich 100% nicht. Ich bin in dieser Stadt zu oft gestorben. Nur wegen dieser einen Gegnergruppe. Ich weiß nicht, wieso diese Missgestalten existieren. Die hatte man echt rauslassen können. Die hier. Diese verfickte Gegnersorte. Wie ihr gesehen habt, da kann uns ja... Schaden zufügen. Nur wenn da... Nur mit seiner bloßen Präsenz... Präsenz, meine ich. Es ist morgens, tut mir leid. Das wollte ich nicht. Aber Schocker ist eine geile Attacke. Ja, fahr zur Hölle, Mann. Ganz ruhig. Ja, versterb mich immer nur weiter. Ihr werdet sowieso am Endeffekt sehen, was... Was, äh... Mit dem Endboss passiert. Das wird so episch. Ah, jetzt kommen wieder diese Probleme. Ja, jetzt muss ich warten. Ganz langsam und vorsichtig. Dankeschön. Dankeschön. An Rd-Bagger. Start ist Matrix. Weg. Ähm. Ach ja, ich hab die alle wieder bekommen. Warum mach ich die nicht alle rein? Okay, kann ich noch... Warte, fünf, sechs, sieben, acht. Die hab ich von den Null... Ah, vier Stück. Hm, okay. Dann dauert es noch ein wenig hier. Es gibt eine bestimmte Stelle, wo der, äh... Spezialblock kommt. Ich muss sehen, ob ich den jetzt hier bekomme. Sofort. Da kommt meistens hier. Aber er ist immer hier. Dieses Glückssache, oder kommt manchmal hier. Ja, ja, ja. Man muss einfach sein Glück hier versuchen. Verschwindelwichser. So, weißt du was? Fick dich. Irgendein Missgestalt. Jetzt kommst du nicht mal wieder, oder was? Egal. Einfach mal raus. Hm, das ist aber komisch. Was hast du so? Diese Tür sollte eigentlich nach Turvis Ost führen. Aber ich bin in Turvis Nord gelandet. Der Bug muss den Grundriss der Stadt verändert haben. Und den Beseitigen... Beseitigen sollte sich alle wieder normalisieren. Finde seine Ursache. Bin schon bei... Bin dabei. Ich halb alle zu farb, da. Fick tisch. Was ist das, 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 was ist das Glück gehabt Okay Komm her Es schafft Manchmal muss man echt hier Glück haben Irgendwie komisch Ich hab jetzt nach vorne geschossen, aber es kam nach hinten Ich glaube, ich weiß, wo der letzte Jetzt weiß ich wieder Ihr wisst ja noch, dass bei Raritäten bei Trillstone irgendwie stand, dass mir irgendwas fehlt Ich weiß, wo die Kiste ist Ich hab mich gerade jetzt daran erinnert Ich zeige euch das auch gleich Ich zeige euch, wo die Stelle das ist Neutschild Nullchip Ich bin der heftigste, wenn es um sowas geht hier Okay, ich zeige euch das mal, wo das ist Service Nord Und diese Tür stimmt auch etwas nicht Und was jetzt? Hast du die normale Tür benutzen, oder wie? Fick dich doch alles Ich zeige euch mal, wo das ist Ich zeige euch mal, wo das ist Okay Okay Was habe ich jetzt gemacht? Ich kann mich selbst so viel Ohrfeigen Das mache ich nicht, keine Sorge So bin ich so behindert Ohrfeigen Hier so Ich glaube, wenn ich beim Endboss bin, bin ich 60 oder so, würde ich mal schätzen ich habe alles ja ich habe alles geholt status matrix gegen eine resistanz da bekommen nur ein kleines stückchen nur ein kleines stückchen dann habe ich das auch ja okay das ist easy ich weiß noch welchen schluss ich dort hier benutzen muss auslössungs matrix war das mit elektrisieren nein das auch nicht oder so ja ja komm jetzt so eingestellt das sieht lustig aus also ja 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 Wo ist der Gegner? Ich will das jetzt eigentlich schaffen. Ja, 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 ja. Okay, geschafft. Also so kann man das auch machen. Es gibt auch andere Möglichkeiten mit Blitzer oder irgendwas anderem. Wie ich diese Stelle hasse. Hallo, wo soll der Gegner sein? Hier, oder was? Hallo, wo sollst du sein? Hallo? Ich bin sprachlos. Ich weiß nicht, wo ich jetzt hingehen soll. Sag jetzt nicht erst. Okay, kein Kommentar. Und raus. Ja, Debugger. Ja, okay. Ja, ich habe Zeit dafür. Ich habe Zeit. Das ist ein Abschlusskommando. Das ist ein Abschlusskommando. Ach so. Ich bin wieder durcheinander gekommen. Wieso so viel kämpfen. Wieso so viel kämpfen? Wieso so viel kämpfen? Ich bin wieder da. Wie viel Heidrink gehabt. Ich habe ihn mal besser einbenutzt von denen. gut, was so viel äuchtet. Ja, dass ihm mal trackt. Nee, schonmal bless. Credit. Ja, slimper, wie hat man sponsorsiert. Und ich habe Herr Elliott nicht so oft benutzt. Da habe ich auch nicht so oft benutzt. Ach. Stimmt, fast gar nichts. Lekt. hier komm ich mache erst mal die herausforderung da kann ich in ruhe schätze suchen da springt schon was diese roten blöcke zu zerstören jetzt müssten wir sehr viele gähler kommen okay scheiß auf die kisten da sowieso nie was interessantes drin und die richtigen schätze kriegen wir sowieso im ende und wenn da irgendwas ist sondern sind dass er heiltränke oder so es gibt sieben stück ich hoffe mal dass das braucht extrem ist lange irgendwie hier zu leveln ja 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 Was? Das war dämlich gemacht. Ich muss hier eigentlich zugeben. Okay, Spiel. Geht das jetzt schon wieder los? Fick dich. So. Ich muss echt sagen, meine Erzbeine sind hier nur... Die sind echt die Blöcke. Ich krieg wieder Aggressionen. Das ist nicht gut. Ich wusste, dass du hier bist. Und tot. Scheiß auf die Küsten. Ich geh jetzt einfach weg. Ich hab ja gesagt, ich scheiß auf die Küsten und trotzdem mach ich das. Egal. Ich hoffe, es kommt kein Eliminator. Ich hoffe, es entsteh nicht, dass es kein Eliminator jetzt kommt. Ich hab schon gelernt, dass die meisten Gegner mal oben sind. Ich hab keine Ahnung, warum. Ich möge sie jetzt oben. Wo bist du? Da bist du. Ja, ist klar, ich muss jetzt den Weg wieder zurückgehen, oder was? Ich hoffe, kein Eliminator. Sehr glücklich, es gibt es die Luftgerätschirme. das kann ich davon schon holen dass wir das hier und das hier ich darf nur neun mal verfehlen wieder hier ich weiß wie sowieso jetzt wie ich den jetzt mache da steht noch einmal verfehlen darf vielleicht gesagt kinderkacke für mich dort ist ein glück dass wir sofort mit diesen komischen blöcken kam okay gleich besuche ich dann set und gibt mir das mal ab glückwollter back ist eben das geschichte riku danke sora erinnerst mich daran wie ich dir den drilligen geholfen habe weil sie tickt und track ja genau die drei hatten fragmente des schlüssellochs gefunden das machte sie zu ziehen der herzlose jemand musste auf sie aufpassen wieso hast du mir das nicht einfach erzählt als wir hier eingetroffen weil ich wollte dass du dich da alleine durchbrotzt starb genug für deine wichtigen aufgang zu werden im notfall hätte ich alleine gekämpft riku soll es abgewinnen immer alles alleine zu schultern und außerdem wie sagten donut und wofür doch schön denn das klamassel dass ich lasse ich mir gerne einbauen so war also hör bitte eigentlich darauf mit deinen einständigen alleingängen du hast ja recht das ist die nächste welt wartet ich weiß statt das matrix jetzt kann die neue fähigkeit kommen luftgrätsche stufe 3 ok 100 pro wenn ich beim boss bin wird gar keine chance mehr haben tut mir irgendwie jetzt schon leid verdammt ich hätte es kann ich hier noch wieder weg nicht leck mich ok jetzt kurz zu sieht welten mini freister kunden hier ich gebe ihm mal sein bocht kurz wieder obwohl er ihn auch um sich hat ja dann bitte an dich äh eisgar ja warum nicht komm hier besten dank der betrifft folger und trippel eisgar welt mini speichern ab 21 schon ok wir sehen uns gleich wieder immer weil sie wurde Vielen Dank.